Ah, ich hab auf D gedrückt und ich auf S. Verdammt. Ich hab diese Worte nicht mehr, Pete. Ich habe diese Worte für Jahre gekauft. Es gibt keine Worte hier. Was war das? Es ist etwas anderes. Du hast es dir selbst gesagt, etwas passiert. Das Ort nicht sicher, Pete. Ihre Freunde sind weg. Und was das alles vor sichern wird, wird uns vorführen. Ich sagte, es war eine schlechte Idee. Du bist nur verraten. Es ist nicht Paranoia, wenn du richtig bist. Wir sind hier draußen, ohnehin zu gehen. Wir sollten nicht sein, was unser Zeit ist. Wir sollten nicht sein, was unser Zeit ist. Ihr müsst alle aufzuhalten. Wir müssen nicht mehr aufzuhalten. Sie ist richtig. Panikieren darüber, wird uns nicht mehr aufzuhalten. Die Mädchen auf der Shortwave. Was ist, wenn sie ein Teil davon ist? Leute, schau es zusammen. Oak, Sadiq, schau die Säle abzuhalten. Nachdem wir die Schmerzen haben, können wir wegwerfen. Wir können unsere Weg weg. Los geht's! Michonne, was hat sie genau gesagt? Sie hat ihre Familie erwähnt. Sie hat etwas über die Familie gesagt. Ich konnte nicht mehr als das herausfinden. Michonne, nimm diese. Schau, ob du dich herausfinden kannst, was wir aufzuhalten können. Nur... Schau, ob wir zu nichts sind. Ich meine, ich muss wissen, was unsere Optionen sind. Wir müssen uns nur wieder aufzuhalten. Für alle unsere Züge. Benutze WASD, um zu gehen. Benutze die Maus, um dich umzusehen. Hat sich gereimt. Wir können uns jetzt typisch wieder alles angucken. Gern Glas verwenden. Ich darf diese... Bis auf dieses Festland ist... Nichts erkennen. Nichts zu erkennen. Nichts zu erkennen. Nichts zu erkennen. Ich bin nicht. Ich werde auf dem Boden gehen. DEREN HALT! Das ist das Bode nicht. Es ist egal, ob es nicht Rasheids Boot ist. Emerson, ich hoffe, dass ich niemand noch auf dem Boden bin. Berto wird sich das merken. Pflanze ansehen. Was haben wir hier nach? Da hätten wir auch nochmal die Taschenlampe verwenden können. Nichts sehen. Sieht sehr kompliziert. P. Pflanze ansehen. Neuerrad untersuchen. Ja, ich weiß. Was ist das? großes gebäude bug fernglas verwenden kreis ok und siddick den siegeln helfen hey, be shown, wir können hier eine Hand benutzen hier müssen wir den Wind aus dem Seil das wäre die beste Methode zu erleben man kann von jemandem verraten da gibt es Ausnahmen aber in so einer Zombie-Aklypse denkt doch jeder an sich kaputte Backlager versuchen ähm diese Dinge sind älter keine Ahnung sind sie verraten ähm einigen Point-En-Click-Adventure kann man die Taste drücken dann sieht man alles was anwählbar ist hier geht das nicht wie wird der Maus umsehen was ist das ähm eine alte Yacht äh Fähre äh extra Teile vielleicht etwas Essen vielleicht 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 auf dem Wohl ist man eigentlich am sichersten von den Zombies man muss halt auch wieder an Land wenn die Vorräte ausgehen dann die 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 nach brauchen wir die es ist die beste Option wir haben was auch immer uns hier schneller rausbringen sehen wir uns Fähre an wir gehen zu dieser Ferre ich will nicht hier länger liegen als wir müssen Sie können nicht darüber reden vielleicht können wir einige Zeichen des Groups lasst uns die Crew Fittstein, aufheben. Katana schleifen. Fittstein, aufheben. Fittstein, aufheben. Fittstein, aufheben. Fittstein, aufheben. in der hauptserie hat damit aufgehört dass die ein boot weg sucht